So, jetzt wieder hier hoch. Mann, ist das ein Eckdimmer. Schnell hier hoch. Weg mit dir. Ich bin mal wieder voll, wie schön. So, gerade mit R. Nein. Äh. Hoch da. So. Kamera zum Rücken. Ach, vergiss es. Ich mach so. Nicht ganz so schnell, aber Hauptsache es geht weiter. So. Oha, ein Schalter. Haha. Hätte ich das geahnt. Jetzt bin ich wieder auf dem... Ähm, komm ich hier auch wieder andersrum. Geh das auch in die andere Richtung, bitte. Drücke B. Oh, sehr schön. Geil. Also lasche ich die Sache doch ungemein. Genial. Ja, jetzt kann ich die Aussicht genießen. Das gefällt mir. Ja, jetzt gibt es schon eine leere Honegauer, wie es scheint. Na? Gibt es die? Oder kriege ich die wieder nicht? Jawohl. So gefällt mir das. Und wo geh ich jetzt lang? Da ist ein Schalter, wofür auch immer der ist. Und hier... ...sehe ich erstmal nichts. Darunter. Ne. Wie soll ich denn da hinkommen? Vielleicht einfach hier rum? Hm, komm ich da hoch? Ne. Ein bisschen zu hoch. Puh, 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 puh. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich? Hilfe, ein Hua. Der habe ich auch noch Rift. So. Also irgendwie ist dieses Level... ...gar nicht so einfach zu zerschauen. Die Level allgemein irgendwie schon. Bei Banjo-Katsui. Da ist Banjo-Katsui ein ganz anderes Kaliber. Und wie komme ich denn dahin? Direkt wohl nicht, oder? Ne. Niemals. Kein Plan. Ich gehe jetzt zu dieser Hamburger-Bude. Mal gucken, ob ich da einen kriege. Keine Hohenkabe. Wieder mal. So, wo ist denn diese Bude? Da sind die Fritten. Dann ist hier... Ah, da ist es. Ich habe einer falsch gelaufen. Wollte denn schon irgendwas? Ähm, geht mir ein Hamburger. Jetzt gibt er mir einfach Wäsche. Das ist voll witzig. Oh, wie schade. Okay, immerhin. Jetzt habe ich auch Hunger. Ja, toll. Was ist denn das für einer? Genau hinter deinem linken Fuß. Boah, die sind so sarkastisch geworden, die Charaktere. So, wo war denn jetzt der... Ähm, Eisbär Nummer 2? Ich glaube hier irgendwo. Also langsam komme ich mir hier vertraut vor. Aber das endet nichts daran, dass ich nicht so glückschweißig es weitergeht. Ich muss auf jeden Fall noch so drei Eintrittskarten finden für den Zirkus. Wer weiß, wo die sind. Jetzt lasse ich mal mit mir durch. Egal ob... Ich will hier nicht kaputt gehen. Komm schon. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. So. Ah, genau. Äh, ne. Überhaupt nicht. Das war eine dumme Aktion. Hier ist der Eisbär nicht. Das war nämlich dieses rülpsende Viech. Aber der ist hier gar nicht. Oder? Ich bin überfragt. Ich gucke einfach mal hier weiter. Kommt her, ihr Lichtgeister. Ne, hier war es nicht. Ich erinnere mich. So, wieder zurück. Voll für die Katz. Also, irgendwo muss ich wohl anfangen, die Schilder zu lesen, wenn ich nicht weiterkomme. Die können mir vielleicht helfen. Aber ich bin eigentlich ein großer Nichtschilderleser. Ich finde gern alles selbst raus. Auch bei Zelda und anderen Spielen. Die stört noch nur den Spielfluss. Wo waren das jetzt? Ach, im grünen Bereich bestimmt. So, ich brauche Energie, bitte. Nein, ich will keinen abgeben. Ich will Energie holen. Ach man, wieder so knapp. Das war mir klar, dass du keinen skippst. Das ist doch immer so. Ah ja, ich bin richtig. Kannst du nicht lesen? Ähm, jetzt? Ich will doch nur dem Typ den Hamburger geben, bitte. Ah, geht. Glück gehabt. Ich dachte schon. Jetzt muss ich auch mit rausgehen. Ja, du kriegst einen Hamburger. Du Fettsau, du. Boah, aber Banjo-Katsui war da so klein und süß. Und jetzt? So ein Fresser geworden. Tja. Boah, bist du mit tragen, oder was? Wie soll ich dich denn tragen? Ja, ich will doch, aber wie? So stark bin ich doch gar nicht. Ich will nur ein Bär. Schieben? Äh. Wie soll das denn gehen? Ne. Unmöglich. Ich bin völlig überfordert. Wie viel Kussesal habe ich eigentlich? Gesamtübersicht? Eins von zehn erst. Mann, bin ich schlecht. 70 von 100 Noten, das geht ja schon mal. Das habe ich schon in anderen Sachen. Schon besser. Gar nicht mal so schlecht, aber... In diesem Level habe ich Probleme. Was mache ich denn jetzt? Ich gehe mal hier hoch. Als ob ich da noch nie gewesen wäre. Hm, ich glaube, da war ich schon. Da war dieses Puzzleteil. Boah, wo muss ich hin? Boah, du blödes Vieh. Ich lasse mich in Ruhe. Das gibt's ja nicht. Diese blöden Gegner. Und die sind die ganz schlimmsten. Diese Kassen. Unzerstörbar, aber dennoch... Zielsicher und treffgenau. Ich wollte jetzt einfach mal... Was wollte ich denn? Schon mal nicht sterben. So, war ich... Hier war ich schon, oder? Ja, was brachte das denn? Aha. Ähm, nee. Hier war ich doch auch schon. Das ergibt keinen Sinn. Nichts ist passiert. Ich würde gerne wissen, wofür das war. Ich habe kein... Oh, da geht's lang, oder was hinten dran? Ich weiß es nicht. Ich wünsche mir sehnlichst Benjo-Kazooi hierbei. Oh, das Spiel war so schön einfach. Raus hier. Ich habe keinen Plan. Ah, hier gab's auch noch was. Aber hier kam ich nicht hin. Das ist doch... Ach, ich erinnere mich. Nee. 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 Impossible. Hier oben war ich schon einmal. Ich weiß nicht mehr, wofür das war. Ich habe keine Ahnung. Ich muss hier raus. Ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Ich habe doch gar nichts mehr, oder? Ja, ja. Blablub, blablab, blablab, blablab. Lass mich in Ruhe. Hm. Jetzt habe ich wieder keine Pommes und sonstiges mehr. Hier unten ist noch was. Das wusste ich noch irgendein... Äh, nee. Das war das wieder. Ich denke mal, da wäre so eine Höhle, aber nein. Da geht's irgendwie mit einem Move weiter wahrscheinlich später. Aber so, nee. Was ich jetzt mache, ich gehe in Level 2. Zurück. Und gucke mich da noch ein bisschen um. Und außerdem... werde ich... ...werde ich... ...den anderen Ausgang benutzen. Vielleicht führt er mich irgendwo... Nee, das war das Falsche. Mist. Aber ich kann auch gleich mal kurz gucken, ob vielleicht... ... genug Pulse-Teile für das nächste Level vorhanden sind. Was aber... ...wahrscheinlich nicht so sein wird. ...wahrscheinlich nicht so. Oh, nee. Zwei fehlen. Auf einen da. Ah, da geht's doch lang. Da war ich schon nicht. Ein... ...wahrscheinlich nicht. Ein riesiges Ei. Au. Was soll denn der... Ah, lass mich schon... Oh. Lass mich bloß in... Ah, Hilfe. Ah. Das ist ja ein Vieh. Ich bin beinahe kaputt gegangen. So, was ist hier drin? Was ist hier drin? Mann, dieses Spiel stresst mich. So, Helgas Hühnerhütte. Klöp, Helga, die Hähne, klöp. Ich finde das Spechlei. Ähm, nö, ich hab noch keins. Ich muss brüten? Äh. Da gab's noch so ein Ei bei Benjo-Katsui. Ah, und jetzt? Ich brüte, ich brüte. Ne, kommt nicht raus. Ich raff das nicht. Ich raff gar nichts mehr. Ich geh jetzt in Level 2. Da kenn ich mich ein bisschen aus. Hm. Warten, warten, warten. Komm schon. Nein, es hängt. Nein, es hängt. Nein, es hängt.